Ich habe mich eben angekündigt. Einfach mal. Absolut, Bruder. Du solltest... Mavis, nein! Er ist auch hinter dem Schatz her. Mist. Er ist ein Hyperion-Gangster, geh hoch bis zum Anschlag. Wahrscheinlich hätte Castle in den Hyperion Friendship Gulag gebracht. Friendship Gulag. Seriously. Da ist ein Goliath. Töt ihn. Nicht so einfach, wie es sich anhört. Der ist oben. Egal. Ich kann nicht drauf verzichten, den zu killen. Aber wir kommen hier gar nicht raus, wir müssen rausspringen, gell? Bis... Ne, wir kommen schon raus. Gut, dann nehme ich die Karre. Warte, warte, warte auf mich, ich habe ein Goliath hinter mir. Wichser! Watt? Neco, komm zurück, du Penner. Rückwärtsgang einlegen. Wie lenkt denn das scheiß Ding, ey? Alla, Tauschplatz. Wollen wir tauschen? Drück C. Der fährt grad gar nichts mehr. Drück C, verdammte Axt. Bei mir nicht C, du Mongo. Er drückt irgendwas anderes. So. Ja. 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 Dann mach mal. Oben drin. Jo. Wohin? Recht. Äh, zu spät, bist vorbei. Ach, ist das da oben? Ja. Hm. Hm. Wer nennt ein Gebiet Fred Chip Gulag? Alter Vater. Das denke ich, die Leute müssen wieder töten. Muni! Nee. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Dann hier versuch nicht zu sterben. Wenn du noch nebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Du bist mein Millions der Kunde. Das dir das Schild bringt. Bis bald mein Freund. Wenn du woanders reinkaufst, lass dich dich töten. Nee, der Nova-Schaden, 1700. Ja, Digga, wie gesagt, ich hab keinen Nova-Schaden. Ich brauch keinen Nova-Schaden. Ich will lieber mehr Life haben und weniger Nova-Schaden dafür. Nö, passt bei mir, ist das egal. Wozu braucht man eine Akkubation, wenn man Steel hat? Jo, lass holen. Wenn du leben willst, komm bei mir. Ich hab grad gesagt, wenn du leben willst, kauf Freibier. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Ja, denke ich nämlich auch. Fängst du schon an, Spaß zu machen ohne mich? Ach, bist du noch nicht da? Na, okay. Jetzt will ich gleich kein Gegner mehr. Loot ich halt. Ja, da hinten so ein paar. Explode deine Luft, der erwischt. Hm, okay. Hm, okay. Hm, okay. Hm, okay. Mann, 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 nervt der. Jetzt bist du aber gefickt, weil ich komm nicht zu dir durch gerade. Warum bin ich denn gefickt? Warum bin ich denn gefickt? Vergiss jedes Mal, dass ich Survivalist bin. Vom Feinsten. Jetzt bin ich gefickt. Nein, bist du nicht. Ja, aber ich hatte gerade noch einen, ähm. Ich hätte locker einen getötet. Hm, kurz warten. So. Da, wo ist noch einer? Da. Alter, hier ist ein Constructor, ist ja klar. Ne, war mir nicht klar. Die bauen immer neue. Ja, wo ist der? Das sind die Teile hier, die eckigen Teile, die rumstehen. Ich seh den Constructor nicht. Das ist auch kein, das sind diese scheiß Teile hier. Die hier. Hö, ich glaub ich werd dich nicht überleben. Ne. Ging zu schnell. Sorry. Ich muss noch eine Pistazie essen. Erhalte 30 mal neue Stärke durch Raketenwerfer. Was ist denn Constructor meinst du? Ja, diese eckigen Teile, die rumstehen. Die kann man nicht kaputt machen. Nein, kann man nicht. Ich hab wirklich keine Munition, keine Sniper-Munition mehr. Ich hab meine Korrosionssniper nicht ausgerüstet. Meine Korrosions-SMG. Okay. Ich bin keine Gegner. Versteckst du dich? Okay. Ich hab mich an der Ecke verschanzt. Ja, ich bin wieder da. Ich muss schnell Waffe wechseln. Ich muss schnell Waffe wechseln. Ich hab's geholt. Ich hab's geholt. Zum Schrotzen. Alter. Was ist das für ein Viech, ey? Na, ein Warloader. Nicht mehr lange. Weg. Unter dir ist einer. Ah, das sind die Drohnen. Da oben ist noch ein Warloader. Ja. Alter, wo steht denn der? Ja, wir können abhauen. Da ist noch ein Viech. Ja, ist ne Drohne. Alles gelootet schon? Nämlich. Guck, Nico. Diese Teile, das sind die Constructor. Die hier. Okay. Guck mal kurz, was ich für Waffen gedroppt hab. Oder gekriegt hab. Schlecht. 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 Wow. Das hat was. Das hat auf jeden Fall was. Mein Spiel hängt wieder. Was? Mein Spiel hängt wieder übelst. Drei Frames oder sowas mal wieder. Boah. Ach, das ist ein Scherz. Wieso denn? Ich hab grad durchgehend zehn Frames oder drei Frames. Warum? Ich versteh das nicht. Baller den noch ab. Ich hab nen Granatwerfer gekriegt, nen neuen. Oh, der geht ab. Oh, der geht ab. Ja. Muss gleich mal irgendwo Ding holen gehen. Munition. Granatwerfer, der 550, 512 oder sowas zieht. Läuft. Dann kannst du Muni holen. Muniii. Damit ich meine andere Munitionsding auch mal wieder verbrauche. Deine andere Munitionsding? Äh, SMG Muni. SMG? Okay, MG. Wart sagen, SMG verwendet ihr euch gar nicht. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Gott, das ist schlecht, da wird's keine Gewährleistung. Klassen was für dich gehabt, die waren aber alles scheiße. Was für Team-Abkling-Zeit oder sowas. Und... Nee, mach ich nicht drauf. Gönn ich dir nicht. Korrosundsschaden. Ich benutze den Teil eh nicht, also. Ja. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. 1500 Leben. Karre! Warum benutzt du dein ganzer Ocker-Mode eigentlich so selten? Weiß nicht, brauch den irgendwie nie. Die einzige Fähigkeit, die ich hab, ne? Ja. Jo, mach mal, fahr. Tag mal, wo ich lang muss. Geht grad aus. Geht grad aus. Geht grad aus. Weiter links. Links, 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 links. Äh, rechts, rechts, jetzt. Ja, da lang. Ja, sicher nicht da lang. Jetzt übrigens. Doch. Ja, ich weiß, da ist ein Berg, falls dir nicht auffällt. Ne, sieht man auf der Karte nicht. Ich muss erst mal umdrehen wieder. Ich öffne grad im 5-Sekunden-Takt die Pistazien. Da müssen wir mal rüber. Ja, mach das mal. Hier runter, wo ich nicht nur war. Da müssen wir mal rüber kommen. Ja, das war bitte. Da war einfach mal. Da war ein wenig. Das war schon. Da war ich nicht.